Ob du jetzt das Porträt, das du zeichnen oder malen möchtest, möglichst realistisch umsetzen willst, oder ob du eher in Richtung Karikatur tendierst, oder doch lieber nur den Ausdruck und die Anmutung mit der eigenen Interpretation darstellen möchtest. Bei all den Möglichkeiten, ein Porträt umsetzen zu können, ist es insgesamt wichtig, dabei einen ausgewogenen Ansatz zu verfolgen, der Genauigkeit und Ausdruck miteinander vereint. Wobei mit Genauigkeit ich hier nicht primär die realistische Darstellung meine. Indem man sich auf grundlegende Prinzipien konzentriert, also die Gesamtkomposition berücksichtigt, und sich auf die visuelle Wahrnehmung stützt, können wir ein Porträt schaffen, das sowohl die Ähnlichkeit als auch die Persönlichkeit der dargestellten Person einfängt. Denn ein gelungenes Porträt erzählt für mich gesehen immer eine Geschichte. Egal ob es sich um eine prominente Person handelt oder vom Nachbarn vis-a-vis. Kurz gesagt, versuche Charaktere zu zeichnen und nicht einfach Gesichter. Damit das gelingt, achte auf die folgenden fünf Fallen oder Fehler, die beim Porträtieren oft gemacht werden. Punkt 1. Zu starker Fokus auf die Ähnlichkeit. Porträtfehler können sich auf verschiedene Bereiche erstrecken. Der erste Fehler liegt oft darin, dass man sich zu sehr darauf konzentriert, die Ähnlichkeit der Person, die man zeichnet, zu erreichen und sich gleichzeitig darum bemüht, dass die Zeichnung auch wirklich akkurat ist. Dies kann zu Stress führen und den Prozess des Zeichnens oder Malens belasten. Es ist wichtig, sich nicht zu sehr auf die Ähnlichkeit zu versteifen und stattdessen die Grundlagen zu betonen. Insbesondere zu Beginn des Porträtzeichnens. Das bedeutet, vorübergehend Genauigkeit und Ähnlichkeit zurückzustellen, um sich auf die grundlegenden Prinzipien zu konzentrieren. Wie zum Beispiel den Ausschnitt des Bildes oder die Wahrnehmung von Kontrasten. Was möchte ich im Bild betonen? Was möchte ich eher andeuten? Auch die grundlegende Beschäftigung mit der eigenen, formalen Interpretation. Was macht dieses Gesicht so besonders für mich und wie kann ich es betonen? Was möchte ich nur, ja, wie gesagt, andeuten? Wo lege ich den Blickschwerpunkt? Der Fokus auf diese Elemente trägt dazu bei, sich langsam dem Charakter zu nähern und sich dessen Besonderheiten oder Charaktermerkmalen bewusst zu werden. Denn diese kann man unter anderem auch mit ganz wenigen Strichen zeigen und dann ist automatisch auch die Ähnlichkeit gegeben. Punkt Nummer 2. Zu früh in die Details einsteigen. Einer der häufigen Fehler beim Zeichnen von Porträt besteht darin, zu früh in die Details einzusteigen. Klar, oftmals sind es die Details, die Menschen beeindrucken. Es ist leicht, sich an sie zu klammern und sie schnell zu erkennen. Da eine markante Augenbraue, dort ein paar Härchen übers Gesicht. Die eigentliche Aufgabe und Herausforderung ist auch hier, die Form zu vereinfachen und die Struktur, also den Kopfaufbau, zu etablieren. Wenn dies gut gelingt, sollten die Details einfach sein. Details sind wie Streusel auf einem Kuchen. Einfach am Schluss dazugeben. Es ist die gesamte Zubereitung, die schwierig ist. Wenn man dabei Fehler macht, wird der Kuchen am Ende nicht gut sein. Egal, wie viele köstliche Streusel drauf sind. Darum ist es wichtig, die Details bei der Porträtzeichnung zu verzögern und sich stattdessen auf die Grundlagen wie Form, Schatten, Licht, Anatomie und Struktur zu konzentrieren. Ähnlich der Bildhauerei, wo man sich langsam dem Objekt von grob bis fein annähert. Ein weiterer Grund, warum wir zu früh in die Details einsteigen, ist der Wunsch, dass die eigene Zeichnung gut aussieht. Und zwar so rasch wie möglich. Das ist auch verständlich, dass man das eigene Werk gut aussehen lassen möchte. Doch oft setzt man leider viel zu früh auf Details, bevor die Grundlagen überhaupt festgelegt sind und erreicht oft so das Gegenteil. Details sollten als die letzten 5% der Zeichnung betrachtet werden. Ein weiterer Detailfehler tritt auf, wenn man mit dem Zeichnen von Gesichtern beginnt, indem man sich primär auf die Augen, die Nase und den Mund konzentriert. Das kann zu Problemen führen, da die Gesichtszüge isoliert betrachtet werden, ohne die Gesamtstruktur des Kopfes, des Halses und der Schultern zu berücksichtigen. Es ist wichtig, von Anfang an die gesamte Form des Kopfes inklusive des Halses zu definieren, da diese einen wesentlichen Teil des Porträt ausmachen und die Grundlage für Gestaltung der Gesichtszüge bilden. Durch das Vernachlässigen dieser Kombination von Kopf und Hals kann die charakteristische Haltung und Bewegung der Person verloren gehen, was das Gefühl der Dynamik und des körperlichen Ausdrucks im Porträt beeinträchtigen kann. Punkt Nummer drei, sich zu sehr aufs Vermessen verlassen. Der dritte Fehler liegt darin, dass wir uns zu stark auf Proportionen und deren Abmessungen einlassen und zum Teil blind befolgen, anstatt sich auf die visuelle Wahrnehmung zu verlassen. Obwohl Proportionen wichtig sind, können starre Messungen oder gewisse Aufbaumethoden die natürliche Bewegung und Energie eines Porträts beeinträchtigen. Es ist effektiver, sich auf das visuelle Beobachten und Vergleichen von Formen und Verhältnissen zu konzentrieren, um ein lebendiges und ausdrucksstarkes Porträt zu schaffen. Die Messung mit dem Auge ermöglicht eine flexiblere und intuitivere Annäherung an die Darstellung einer Person. Und bestimmte Charaktermerkmale kann man sowieso nicht messen. Diese gilt es unter Umständen bewusst zu betonen und sogar zu überspitzen, damit sie als solche richtig gelesen und interpretiert werden. Das gilt für Karikaturen, aber die betrachte ich in diesem Kontext nicht als eigentliche Porträt, aber ganz besonders dann, wenn man die Vorlage frei interpretieren möchte, vielleicht schon weiter fortgeschritten ist und dem Gesicht einen ganz bestimmten Twist verpassen oder in einen bestimmten Stil umsetzen will. Dann sind das freie Beobachten und Anpassen elementar. Alles andere würde dich nur blockieren. Punkt Nummer 4. Ausschliesslich nach Fotos zeichnen. Wer kennt das nicht? Nicht immer, ja, fast nie haben wir die Gelegenheit, ab einem Modell zu zeichnen. Fotos können eine wertvolle Referenz sein und sind es auch. Aber es ist wichtig, auch das Zeichnen nach lebenden Modellen zu üben. Das Live-Zeichnen ermöglicht es uns, die menschliche Form in verschiedenen Winkeln und Lichtverhältnissen zu verstehen. Was das Verständnis für die Form und Struktur des Gesichts und des gesamten Kopfes vertieft. Ein Problem beim ausschliesslichen Zeichnen nach Fotos ist, dass die Komposition oft bereits festgelegt ist und wir auf den Ausschnitt keinen Einfluss nehmen können. Auch täuschen bestimmte Lichtverhältnisse in Fotografien eine Anatomie vor, die wir in echt ganz anders sehen und verstehen würden. Durch das Live-Zeichnen können wir unser dreidimensionales Verständnis verbessern und passende Techniken und Ansätze für die Umsetzung definieren. Ich persönlich habe da keinen festgelegten Prozentsatz für das Zeichnen nach Fotos im Vergleich zum Zeichnen nach lebenden Modellen. Es ist wichtig, eine Balance zu finden und beide Ansätze zu praktizieren. Das Live-Zeichnen bietet eine direkte Verbindung zum menschlichen Subjekt und fördert das Verständnis für Form, Licht und Schatt. Das Zeichnen nach Fotos bietet eine bequeme Möglichkeit, detaillierte Referenzen zu erhalten, kann aber die persönliche Verbindung und das Verständnis für die menschliche Form stark einschränken, wenn es ausschliesslich praktiziert wird. Es ist daher ratsam, sowohl das Live-Zeichnen als auch das Zeichnen nach Fotovorlage in den künstlerischen Prozess einzubeziehen, um eine vielseitige und umfassende Herangehensweise zu erwerben. Punkt Nummer 5. Das Haar zuletzt zeichnen. Das Haar ist ein immens wichtiger Bestandteil eines Porträts und sollte auf keinen Fall vernachlässigt werden. Oftmals tendieren wir dazu, das Haar erst am Ende zu zeichnen, nachdem das Gesicht und andere Details fertiggestellt sind. Dies kann dazu führen, dass das Haar wie eine nachträgliche, aufgesetzte Perücke wirkt und nicht organisch mit dem Rest des Kopfes verbunden ist. Es ist darum zentral, das Haar frühzeitig in den Zeichnungsprozess einzubeziehen, um eine kohärente Komposition zu gewährleisten. Das Haar trägt immens zur Persönlichkeit und Identität einer Person bei und sollte daher mindestens mit derselben Sorgfalt und Aufmerksamkeit behandelt werden wie das Gesicht und andere Merkmale. Es gibt Porträts, wo Haare wahre Geschichten erzählen und viel über den Status oder den Charakter der Person aussagen. Das Kopfhaar nimmt je nach Person gut und gerne 60 bis 70 Prozent des Kopfvolumens ein und verdeckt somit einen grossen Teil des Kopfes. Haare können den Ausdruck des Gesichtes stützen und ihn so verstärken. Das gilt übrigens nicht nur für Kopfhaare, sondern auch für das Barthaar. Auch hier stützt dies die Bildaussage und wirkt charakterverstärkend. Zeichnet das Haar bereits in der Anfangsphase mit in die Komposition ein und definiert es grob an. Details werden dann, wie gesagt, erst am Schluss ausgearbeitet. So, das waren die fünf kleineren und grösseren Fallen. Was bereitet euch besondere Sorgen beim Porträtieren? Schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Freude beim Kreieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut. Auf bald.